In diesem Video zeige ich dir, was Seitwärtsphasen sind und gebe dir eine Methode, die du super toll für dein eigenes Trading anwenden kannst. Welche Strategie du auch immer fahren magst gerade, sollte das auch mit deiner Tradingstrategie auch implementierbar sein. Denn es geht immer um die Markterfahrung, das heißt, wenn du siehst, dass der Markt in eine Richtung hingeht und da dürfen dir Seitwärtsphasen sehr gut helfen. Seitwärtsphasen sind aus einem 1,5 Minuten oder welchen Chart du auch immer gerne verwenden möchtest, gewisse Bereiche, wo der Markt anfängt, viele Kerzen hin und her zu machen. Das heißt, der Markt, der ist in einer Seitwärtsphase drin, geht hin und her, dann bestmöglich schießt er in eine Richtung, geht wieder in einer Seitwärtsphase hin. Und je nachdem, ob er jetzt nach oben oder nach unten schießt, fängt der Markt wieder an, Seitwärtsphasen zu machen. Das sind Seitwärtsphasen. Und bei Seitwärtsphasen ist es öfter so, dass wenn du links siehst, dass der Markt hin und her gezappelt hat, dass der Markt weiterhin hier rechts hin und her zappelt. Dazu gibt es verschiedene komplizierte Namen, die man da verwenden kann. Viele Leute verwenden es anders, aber es ist immer das Gleiche, dass der Markt hin und her wappelt, also im Sinne von hier so hin und her läuft, dann schießt er in eine Richtung und dann fängt er an, wieder hin und her zu laufen. Und das Interessante ist, dass wenn der Markt das macht, dass du das verstehst, das sind auch tatsächlich Leute in einem Trade drinnen, die positioniert sind. Das heißt, wenn du hier einmal siehst, dass der Markt hier eine Seitwärtsphase macht, hier eine Seitwärtsphase macht und hier wieder und jetzt fängt er an, nach unten zu laufen. Dann fängt es an, dass das hier Stationen sind. Das heißt, du hast hier einmal Station 1, 2 und 3 und je nachdem mit deiner Erfahrung mit dem Markt, wenn du den Kurs unten ganz klein zusammenziehst, kannst du eher sehen, dass der Markt eher zur Nummer 1 hinläuft oder zur Nummer 3. Oder vielleicht auch nur bei Nummer 2 dableibt, weil er gar keine Kraft mehr hat. Und das sind Dinge, da kommt es auf jeden verschiedenen Tag oder Stunde drauf an. Der Markt, der ändert auch seine Persönlichkeit auch sehr arg. Deswegen gibt es die Sache, dass man eine Beziehung zu dem Markt aufbaut. Das heißt, jemand, der 3-4 Monate den Markt angesehen hat, wird auf jeden Fall besser Markterfahrung haben und sagen können, ich sehe, der Markt geht gerade nach oben, als jemand, der gerade ein Buch darüber gelesen hat. Denn die Märkte, die ändern sich ständig. So, die Sache ist jetzt natürlich, wie du das für dein eigenes Trading verwenden kannst. Und das ist tatsächlich, dass du verstehst, dass der Markt in eine Richtung hinläuft, dann geht er in eine Seitwärtsphase rein und dann erschießt er in eine Richtung. Das heißt, wenn du siehst, dass der Markt im heutigen Tag Seitwärtsphasen macht, dann ist davon auszugehen, dass er, wir schauen uns gleich das am Chart an, dass er weiterhin anfängt, auch Seitwärtsphasen zu machen. Das heißt, es wäre gerade nicht schlau, hier zu verkaufen, wenn er dann anfängt, hier in eine Seitwärtsphase reinzugehen. Natürlich gibt es Phasen, also im Sinne von Momente, da fängt der Markt an, dann dementsprechend hier runterzulaufen und nicht in diese Seitwärtsphase zu gehen. Aber bei vielen Momenten ist es so, dass der Markt dann doch in eine Seitwärtsphase reingeht, dass die Seitwärtsphasengröße genauso groß ist wie bei den anderen und was man dann super für seinen Trade anwenden kann. Ein bestes Beispiel ist, wir haben hier einmal ein Echtgeld-Trade, was ich dir gerne vorstellen möchte von einem unserer Schüler hier und hier siehst du, wie der Markt einmal nach oben läuft. Du siehst, hier ist die erste Seitwärtsphase. Die zweite Seitwärtsphase ist hier und dann merkst du, wie der Markt aus dieser Seitwärtsphase nach oben schießt. Und anstatt man jetzt hier anfängt, direkt zu kaufen oder nachzurennen, so wie wir die Seitwärtsphasen für uns verwenden, ist tatsächlich, dass der Markt zurückkommt. Und dann, sobald wir sehen, dass er umdreht, ein bisschen in eine Seitwärtsphase, das heißt, du siehst hier, wie der Markt anfängt, rumzuschlenkern hin und her. Lass mal hier dann davon ausgehen, dass der Markt dann dementsprechend nach oben geht. Ich zeige dir nochmal ein Beispiel und danach zeige ich dir das auch noch am Chat, was du für dich verwenden kannst. Wir haben hier einmal, habe ich hier einmal was vorbereitet und hier sehen wir es einmal richtig toll. Hier siehst du, wie wir hier Seitwärtsphasen haben, das heißt, viele Kerzen nebeneinander. Es gibt einmal ja die Seitwärtsphase und dann auch die Marktphase, wo der Markt schießt, also schießt nach unten in eine Richtung, ohne dass er in die Seitwärtsphase reingeht. Und dann siehst du, wie hier dann wieder anfängt, der Markt in eine Seitwärtsphase reinzugehen und dann wie der Markt dann hier dann dementsprechend wieder schießt. Und du siehst, wie der Trader dann in dieser Seitwärtsphase sein Bestes gibt, hier einmal zu verkaufen, zweimal zu verkaufen, dreimal zu verkaufen, bis der Markt dann aus dieser Seitwärtsphase dementsprechend rausschießt. Ja, in der Praxis ist es tatsächlich so, dass man nicht in jedem Trade treffen kann. Du siehst hier sauber, wie der Trader aber den Einstieg macht und zum Beispiel, wenn man hier 100 Euro anpassen tut und der Markt runterläuft und er wieder zurückkommt, dass er dann sich entweder ausstoppen lässt. In dem Fall hat er unten getradet oder im Sinne von, man geht raus, weil man sieht, dass der Trade gar keinen Sinn mehr macht, was du zum Beispiel hier siehst. Zum Beispiel hier nimmt man eine kleine rote Kerze am oberen Bereich der Seitwärtsphase, der Markt kommt zurück und dann geht man hier so raus, dass man am besten kein Geld verliert. Also vielleicht noch ein bisschen im Gewinn wäre gut. Sobald man dann wieder an der oberen Seitwärtsphase wieder sieht, dass es sich wieder nach unten dreht, dann siehst du, wie der Trader hier wieder einen Einstieg macht und mit 100 Euro angepasst, haben wir einen Gewinner-Trade, also einen Gewinn von 800 Euro, was der Trader hier produziert hat. Das heißt, auch wenn er hier 200 Euro verloren hat und davor nochmal 500 Euro. Er hat hier einmal 800 Euro gemacht, im Sinne von 1 zu 8, wenn man hier 100 Euro anpasst und das darf dann das Ganze wieder ziemlich rentabel machen. Also folgendes, bei einer Seitwärtsphase ist das oft so, dass die Rücksetzer die gleiche Länge haben. Das heißt, wenn du siehst, der Markt macht Seitwärtsphasen gerade heute und er läuft jetzt nach unten, dann davon auszugehen, dass der Markt anfängt, genau die gleiche Strecke zu machen. Wenn das der Fall ist, was wir gerne anwenden, ist, dass wenn der Markt hier den Rücksetzer macht, so mit der Seitwärtsphase, mit unter dieser Länge, dass wir nachsehen, ob er hier anfängt, die gleiche Länge zu machen. Und sehr oft kommt er dann noch nach oben, macht hier oben die rote Kerzen und dass der Markt dann anfängt, nach unten zu laufen. Das Ganze ist sehr wichtig, das funktioniert nicht jeden Tag oder wenn der Markt in einer ganz großen Seitwärtsphase ist, das zeige ich dir hier einmal. Zum Beispiel, wenn du hier siehst, wenn wir hier einmal zusammen machen, dann siehst du hier, wie der Markt in einer ganz großen Seitwärtsphase hin und her ist, wie der Markt dann aber auch kleine Seitwärtsphasen da drin hat. Und diese Sachen ist es tatsächlich zu lesen mit Markterfahrung. Wenn du sehen kannst, dass der Markt, und da gibt es einmal drei verschiedene Dinge, die ich dir ans Herz legen möchte und das wird dein Trading sehr stark verbessern. Ich tue jetzt hier einmal die deutsche Zeit hier einstellen mit plus zwei hier Berlin. Das ist ein amerikanischer Markt und zwischen 16 Uhr und ganz wichtig, bis 22 Uhr haben wir die amerikanische Zeit. Session Zeit ist sozusagen hier zu traden, bis 22 Uhr. In dieser Zeit visiert der Markt größere Hochs oder Tiefs an von der Struktur. Das heißt, du hast hier einmal das Hoch, hat er leider nicht anvisiert oder geschafft und dann hast du immer mal wieder dieses Tief, wie zum Beispiel hier hast du ein Tief oder hier ein ganz kleines Tief, was ein bisschen versteckt ist. Leider gab es hier nichts anderes, außer dieses aktuelle Tief immer, was der Markt gemacht hatte. Und dann siehst du, wie der Markt hier nach unten strukturiert hatte. Das heißt, im Sinne von Seitwärtshase runter, Seitwärtshase runter. Das Einzige, was man hier verwenden kann in dem Fall, sind hier diese Tiefs hier. Ich zeige dir am besten mal einen anderen Tag, und zwar den Vortag hier rauf. Hier siehst du einmal von 16 Uhr bis 22 Uhr, wenn du den Markt hier einmal zusammenziehst, wie wir hier einmal dieses Strukturtief hier haben. Und danach einmal, wie wir hier diese Struktur hoch hier oben haben. Und da siehst du, wie der Markt das Tief rausnimmt und was nicht unten rausgeht, geht oben raus. Hier wieder das gleiche Spiel am Vortag. Hier ist 16 Uhr. Wir machen hier mal eine Zone rein, dass du es verstehst. Und der Markt, der macht das immer wieder zu seinen Zeiten. Das heißt, zwischen 16 Uhr und 22 Uhr ist richtig toll. 15.30 Uhr macht die Börse auf. Ich mag die Zeit nicht. Und jetzt siehst du wieder, wie der Markt hier das Strukturtief hier hat. So ein Zwischentief wird das genannt. Und da siehst du, wie der Markt hier runter geht. Und dann siehst du danach, wie der Markt hier nach oben strukturiert und dann dieses Hoch hier anvisiert und dann auch rausnimmt. Und was nicht unten rausgeht, geht oben raus. Was nicht oben rausgeht, geht wieder unten raus. Natürlich gibt es Fälle, da verkauft man hier unten und da wird man ausgestoppt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und was es mir geht, ist um die drei verschiedenen Methoden, wie du das besser ausfindig machen kannst. Also erstens mit den Seitwärtsphasen. Wenn du einmal Seitwärtsphasen gesehen hast, dass der Markt hier Seitwärtsphasen etwas macht oder vor allem hier oben, dann geht davon aus, dass der Markt auch anfängt, hier Seitwärtsphasen zu machen und auch mehrere kleinere Reihen. Das heißt, nicht davon auszugehen, dass der Markt jetzt wie hier trendig läuft. Niemals fast. Denn der Markt wird auch, wenn er hier so stark runterkommt, Rücksetzer machen, die die gleiche Länge haben, um es etwas aufzuteilen. Das erste ist es, den amerikanischen Markt zur amerikanischen Session zu handeln. Wenn du morgens handelst, dann ist es der EURUS-Dollar zwischen 8.30 Uhr bis 17 Uhr. Ansonsten zwischen 16 Uhr bis 22 Uhr wäre das der S&P 500 Future. Du kannst Druck dadurch erkennen, dass der Markt, die eine Methode ist es, indem du siehst, dass der Markt näher an der größeren Struktur, an dem größeren Struktur hoch oder näher an dem größeren Struktur tief ist, indem man hier davon ausgeht, dass er runterläuft und hier sein Bestes gibt zu verkaufen oder hier oben sein Bestes gibt zu kaufen oder eher davon auszugehen, dass der Markt höher geht. Die erste Methodik ist, sobald er zu dieser Zeit näher an dem Hoch oder Tief ist, davon auszugehen, dass er es auch dahin schafft. Das ist ein sehr schwerer Markt und er visiert das an auch sehr oft oder meistens, was auch in der Nähe ist. Die zweite Herangehensweise, vor allem wenn du verstehst, dass die meisten Bewegungen, die du siehst, 20-30 Minuten nur dauern, selten mal 60 Minuten, dann ist das einen 1-Minuten-Chart zu verwenden. Und wenn du mehr als drei rote oder grüne Kerzen siehst, vor allem wenn der Markt in der Nähe ist oder wenn der Markt in dem Fall hier runterläuft, hier siehst du mehr rote Kerzen und hier fängt er an, mehr grüne Kerzen zu machen. Hier fängt er auch wieder an, mehr grüne Kerzen zu machen und zwar ganz viele sogar nach oben zu drücken. Dann ist davon auszugehen, entweder der Markt, wenn er gerade nach unten trendig läuft, wie zum Beispiel hier und er fängt jetzt an, die ersten drei, vier grüne Kerzen zu machen, wie hier, dass man davon ausgeht, dass er eher in eine Seitwärtsphase anfängt zu gehen, wie du es hier siehst. Oder das andere ist dann, dass er tatsächlich ganz anfängt, wie du es hier zum Beispiel siehst, der Markt hier kommt hier runter, macht keine drei, vier Kerzen hintereinander, aber hier macht er eins, zwei grüne Kerzen hintereinander, also noch nicht so viele. Hier fängt er eins, zwei, drei, vier, fünf grüne Kerzen hintereinander zu machen und jetzt fängt er wieder an, fünf, sechs, sieben grüne Kerzen hintereinander zu machen. Das heißt, alleine, wo der Markt denn das angefangen hat zu machen, wenn du den Markt öfters mal beobachtest, dann wirst du sehen, dass der Markt sich entscheidet, auf solche kleine Referenzen anzuvisieren und das ist ein Zwischenrücksetzer. Ganz wichtig, der Markt hat immer hier einmal das Hoch, dann Zwischenhoch und dann ist es immer hier unten. Und diese Dinge anzuvisieren von einer größeren Struktur wäre das hier einmal das hier und von einer ganz großen Struktur das hier. Das hier würde ich ein bisschen ignorieren, aber man kann es auch hinzunehmen als Zielsetzung. Sehr oft, wenn der Markt hochkommt, dann nimmt er beides davon raus, weil es sehr nachstehend ist. Es gibt immer einen Haupthoch und es gibt immer wieder einen Zwischenrücksetzer und diese zwei Dinge dann zu beachten. Die dritte Methode, also die zweite Methode ist, dass du siehst, mehr als drei grüne oder vier grüne Kerzen, ganz wichtig, dass es nach oben geht, genauso auch für die andere Richtung, für die rote Kerzen. Und ganz wichtig, du brauchst einen Markt dafür. Du solltest das immer wieder am Markt beachten. Also im Sinne von ansehen, nachsehen, überzeugen lassen, was hat der Markt gemacht, anstatt von diesen Videos, was ich jetzt sage, sondern an den Markt, dass du siehst, was der Markt auf seiner Persönlichkeit es macht. Jeder Markt hat eine eigene Persönlichkeit, deswegen den S&P 500 oder den Euro-US-Dollar allein stehen zu nehmen, würde ich am besten finden für den Anfänger. Und die Sache ist halt, wenn man es schafft, das gut zu traden und dass das Gewinn einen bringt, dementsprechend am besten bitte mit einem Demokonto funktioniert, dann ist halt die Sache, finde ich, das eher in größeren Maßen zu machen mit der gleichen Herangehensweise. Die dritte Methode ist das, dass wenn du siehst, dass der Markt hochstrukturiert, mit diesen ersten zwei Dingen, die ich genannt habe, der Markt fängt öfters an, gleiche Rücksetzer zu machen und da kommen wir zu den Side-Wertsphasen. Manchmal ist es eher trendig, zum Beispiel, wie du es hier siehst, von hier bis nach da. Dieser Rücksetzer ist ähnlich groß wie von hier bis nach da, ein bisschen schlägt er aus, aber hier unten die erste oder zweite grüne Kerze, wie du siehst, sorgt schon dafür, dass der Markt dann nach oben läuft, weil er die vier grüne Kerzen gemacht hat, weil er in der amerikanischen Sessionzeit zwischen 16 und 22 Uhr sie stattfindet. Bei Side-Wertsphasen ist das auch so, wenn du merkst, dass er etwas Side-Wertsphasig, also nicht gerade läuft, sondern so Side-Wertsphasig, gilt auch Side-Wertsphasig etwas, und dann anfängt zu schießen, dass er auch anfängt, ähnliche Längen zu machen. Ich zeige dir das einmal, indem wir einmal ein Rechteck verwenden, das mache ich super gerne während des Trains, und dann messe ich aus, von hier oben bis nach hier unten siehst du diesen Rücksetzer. Und diese Länge trifft darauf hier ungefähr zu, und dass er hier am unteren Bereich eine grüne Kerze macht. In der Praxis nimmt man vielleicht doch den obersten Teil und macht das hier bis zum unteren Teil hin, und dann siehst du hier. Und wenn du dann aber siehst, dass er viele grüne Kerzen hier macht in einem Strang und hier, ja, dann macht es doch Sinn, dass der Rücksetzer doch kleiner wird, und diese grüne Kerze sehr attraktiv ist, dass der Markt dann anfängt, wie vorhin erwähnt, nicht zu diesem Hoch mit der Markterfahrung, sondern eher zu diesem Hoch hinzulaufen, wo du siehst, dass der Markt dann auch beides rausgenommen hat, also im Sinne von berührt hat. Das heißt, wenn man jetzt, was ich dir als Bonus geben möchte, eine kleine Stoppsetzung haben möchte, wenn du verstehst, dass eine grüne Kerze unten öffnet, und dass die oben schließt, und je nach Broker kann man ja verschiedene Positionsgrößen verwenden, wenn man hier jetzt 100 Euro anpassen tut, mit dieser Stoppsetzung einer kleinen grünen Kerze, dann hat man hier einen Gewinn von ungefähr, also um genau zu sein, hat man hier 500 Euro, wenn man hier dieses Hoch hier anvisiert, oder dieses Hoch hier oben anvisiert, hat man einen Gewinn von 500 Euro, wie du siehst. Und die Sache ist es, das immer wieder zu machen, dass wir sehen, etwas funktioniert, im Sinne von, ich sehe diese 500 Euro Gewinner-Trades, und ich kann, wo ich 100 Euro einsetzen kann, und dann tradet man immer wieder den einen oder anderen Trade davon. Das ist etwas, das funktioniert für mich sehr gut, funktioniert bei unseren Trading-Schülern sehr gut. Wir haben zurzeit eine Erfolgsrate bei uns, bei den Schülern von 30 Prozent, die schaffen ab einem Zeitraum von vier bis sieben Monate, ins echte Konto reinzugehen, tatsächlich hier 200 Euro dementsprechend zu verdoppeln. Wir haben bei uns jetzt zum Beispiel einen, der mit unter einem Monat hat es geschafft, die ersten 200 und danach auf sogar 500 Euro zu machen. Der andere, der hat es geschafft, dreimal die 200 Euro zu verdoppeln und ist dann dabei, das länger zu machen, also im Sinne von mit mehr Geld. Und dann haben wir noch einen anderen Teilnehmer, der jetzt schon seit zwei Jahren dabei ist, macht das Ganze schon beruflich, ist auch dementsprechend bei uns auch drinnen. Die Herangehensweise, die wir zeigen, ist immer die gleiche, deswegen hoffen wir, dass du da was mitnehmen kannst. Was ich dir noch gerne dazu geben möchte, weil du noch weiter das ganze Video hier anschaust, ist, wenn du am Ende nachsiehst, und zwar hier rechts bei TradingView, dann hast du hier einen Timer. Und die 30 Sekunden, die du hier siehst, wenn die runterlaufen, dann zeigt er dir an, wenn die Kerze schließt. Wichtig ist beim Traden immer den Kurs, den Markt so zusammenzuhalten und den Ersteindruck zu haben, macht es jetzt eher Sinn, dass der Markt hier hochläuft oder macht es für einen eher Sinn, dass der Markt jetzt hier runterläuft oder ist vielleicht sogar ganz übertrieben zu dieser Referenz hin, wo man dann merkt, es wäre gerade nicht gut zu verkaufen, sondern es würde eher Sinn machen von den Referenzen, dass der Markt hier hochläuft. Wenn wir jetzt einfach hier reingehen, dann siehst du jetzt in 4 Sekunden, in 3 Sekunden, in 2 schließt die Kerze und dann haben wir jetzt eine geschlossene Kerze und die neue Kerze macht auf. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine kleine grüne oder rote Kerze siehst und 5 Sekunden bevor du schließt, achte darauf, denn sehr oft bleibt die kleine grüne oder rote Kerze sehr gut und die kann man dann super zum Trading verwenden, finde ich. Vor allem, wenn man genug sieht, also genug Kraft sieht, dass der Markt in eine Richtung hinläuft. Und denk daran, gerade gezeigt, das war auch in den Trending-Phase, auch mit Zeitplatzphasen, es ist genau das Gleiche, dass der Markt anfängt, gleiche Rücksetzer zu machen. Der Markt, es gibt manchmal flache Seitwärtsphasen, da befindet sich der Markt so flach und es gibt manche Phasen, da geht der Markt dann so dementsprechend seitwärtsphasig hoch und dass du immer anfängst, nicht das zu traden, was du denkst, was funktioniert, sondern dass du siehst, das gerade funktioniert, gerade mit dieser Strecke und wenn der Markt jetzt anfängt, einen ähnlichen Rücksetzer zu machen und eine grüne Kerze und weil er davor viele grüne Kerzen gemacht hat, ob es dann Sinn macht, dass der Rücksetzer in der Zukunft oder jetzt gerade kleiner einfach wird, dass man da dann die kleine grüne Kerze nehmen kann. In dem Sinne wünschen ich dir viel Gesundheit, gute Trades, alles Liebe, JT out. lone 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020